Liebe Zuschauer von KTV, unser Highlight für Sie ab dem 9. Oktober, die Kraft in meinen Händen. Der Film zeigt die Schönheit, Zeitlosigkeit und Kraft des Rosenkranzes. Er möchte dazu verhelfen, die Kraft zu verstehen, welche eine Gesellschaft wie die amerikanische in einer spirituellen Krise wiederbeleben kann. Und es geht um unsere aktive Antwort auf die Bitte der Gottesmutter um Gebet. Hoffnung durch Jesus Christus ist das ultimative Ziel dieses Films. Schauen Sie rein, wir freuen uns auf Sie!